In diesem Video möchte ich dir erklären, warum Geduld ein ganz wichtiger Faktor beim Aquascaping ist. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping Channel. Und in diesem kurzen Video möchte ich dir einmal etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar, dass du für die Aquaristik und für das Aquascaping Geduld brauchst. Das ist jetzt so ein bisschen ein Antwortvideo auf einige Kommentare, die ich unter meine Videos bekommen habe. Und zwar möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben, habt Geduld, wenn ihr Parameter an eurem Becken ändert. Ich habe nämlich konkret ein paar Mal den Kommentar bekommen, wo es hieß, ja ich habe jetzt angefangen mit Düngen oder ich habe jetzt angefangen mit CO2. Und zwei Tage später, ah ich habe jetzt alles wieder abgerissen, es hat nicht funktioniert, ich habe Algen bekommen, keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich Leute, zwei Tage ist keine Zeitspanne, in der sich ein Biotop wie ein Aquarium wirklich verändern kann und wirklich auf neue Einflüsse einstellen kann. Da müsst ihr dem Becken einfach mehr Zeit geben. Ich habe ja vor ein paar Tagen erst das Video online gestellt, wie sich bei mir mein Becken nach der Estimative Index Dünge Methode entwickelt hat. Ich habe es vorher nicht mit Estimative Index gedüngt, habe jetzt wieder angefangen es mit Estimative Index zu düngen und habe dem Becken einen Monat Zeit gegeben. Und in dem Video sieht man, dass es eine Veränderung gibt, sie ist aber auch nicht extrem drastisch. Das ist zum Beispiel eine Art der Veränderung, die ich täglich, wenn ich in mein Becken schaue, gar nicht wahrnehme, weil sie so langsam stattfindet. Erst der direkte Vergleich von vor einem Monat und jetzt zeigt mir, dass tatsächlich ordentlich was passiert ist. Aber das zeigt einfach nur nochmal, dass so ein Becken sich wirklich langsam entwickelt und dass ihr wirklich Zeit und Geduld braucht, wenn ihr da etwas ändert. Also ein Monat ist schon eine Zeitspanne, die man einem Becken geben sollte, wenn man anfängt Parameter zu verändern. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann wartet mindestens zwei Wochen, aber nicht nur ein, zwei Tage, auch nicht nur eine Woche. Das reicht nicht. Gebt dem Becken zwei, drei Zyklen Zeit, um sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Und mit Zyklen meine ich konkret zwei, drei Zyklen von Wasserwechsel zu Wasserwechsel. Da ich wöchentliche Wasserwechsel mache, auch bedingt durch die Estimative Index Dünge Methode, heißt das für mich, ein Zyklus ist halt eine Woche. Aber gebt dem Becken wirklich Zeit für sowas. Auch zum Beispiel, wenn ihr bemerkt, dass ihr Algen bekommt. Wenn ihr etwas an eurem Becken ändert und ihr seht, irgendwie kommt mir das so vor, als würden da Algen reinkommen, wartet nochmal eine Woche. Wartet eine Woche und seht, wie sich das entwickelt. Ist das vielleicht nur ein kurzer Schub, der mit dem nächsten Wasserwechsel wieder abgemildert wird? Oder ist das etwas, was tatsächlich kontinuierlich steigt? Dann nehmt die Wasserwerte, dann leitet Gegenmaßnahmen ein. Aber lasst dem Becken Zeit, euch auch dieses Feedback zu geben, dass ihr wirklich sehen könnt und wirklich bestimmen könnt, was da los ist. Das Becken braucht diese Zeit, um sich auf neue Bedingungen einzustellen. Wenn ihr zum Beispiel bisher nur Licht und CO2 drin hattet und noch nicht gedüngt habt und ihr fangt jetzt an zu düngen, kann es durchaus sein, dass am Anfang erstmal mehr Algen kommen, weil die Pflanzen in dem Moment die Nährstoffe nicht schnell genug verbrauchen können. Lasst dem Becken aber mal zwei Wochen Zeit. Wenn die Pflanzen dann ebenfalls einen Wachstumsschub bekommen durch den Dünger, sind sie in der Regel wieder im Vorteil und wachsen schneller als die Algen. Und die Algen gehen von selber wieder zurück. Da müsst ihr nicht nach zwei, drei Tagen schon Panik schieben und versuchen, Gegenmaßnahmen gegen die Algen einzuleiten. Lasst für alles, was ihr an eurem Becken macht, immer ein paar Wochen Zeit, damit das Becken euch zeigen kann, wie es darauf reagiert, damit das Biotop dort euch zeigen kann, wie es darauf reagiert. Das ist ganz, ganz wichtig in der Aquaristik. Das ist nun mal ein Hobby, in dem wir Geduld beweisen müssen. Wir arbeiten hier mit Pflanzen. Wir arbeiten hier mit einem kleinen Biotop. Das braucht Zeit, um sich ins Gleichgewicht zu bringen. Und jede Veränderung, die wir an diesem Biotop vornehmen, braucht ebenfalls Zeit, um sich durchzusetzen. Wenn ihr eine neue Entwicklung feststellt, gebt diese Entwicklung auch noch mal ein paar Wochen Zeit, bevor ihr wirklich entscheiden könnt, bevor ihr wirklich wisst, woher kommt diese Entwicklung, was hat diese Entwicklung verursacht und wie kann ich jetzt langsam anfangen, dagegen zu gehen. So ein Becken ist nicht nach zwei Tagen hinüber. Macht euch da wirklich keine Sorgen drüber. So ein Becken verträgt auch mal eine Woche Algen. Das ist überhaupt kein Thema, aber danach habt ihr die Gewissheit, woher kommt das, wie kann ich dagegen arbeiten. Und deshalb blende ich euch jetzt hier an dieser Stelle auch noch mal zwei weitere Videos ein, die dich zu diesem Thema weiterbringen können. Einmal ein Video, wie gehe ich gegen Algen vor und einmal das Video, wie düngere ich eigentlich mein Becken richtig und welche Nährstoffe sind sinnvoll. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst ihm bitte einen Daumen nach oben da und vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Also wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß mit eurem Becken und haut rein!